Am Samstag Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, aber harter Brocken, die sind bisher ungeschlagen. Mit Fabian Klos und Andreas Vogelsammer warten auf die Jahnelf zwei starke Stürmer. Vor allem für dich als Innenverteidiger, wie gehst du eine solche Herausforderung an? Ja, gegen die Jungs, gegen die Männer habe ich ja auch schon des Öfteren gespielt. Also ich weiß, was mich erwartet, aber die jetzt irgendwie herauszuragen, klar, sie machen die Tore, aber da gehört ein bisschen mehr dazu. Und gleichzeitig hast du Woche für Woche eine ähnliche Qualität bei den Mannschaften. Und ja, das ist ja auch das, auf was du dich freust, dass du dich mit guten Spielern messen kannst. Und ich freue mich eher darauf. Also es ist jetzt nicht, dass mir Angst ein Bange wird, sondern es wird ein gutes Duell. Ich weiß, dass sie alles von dir fordern, aber das willst du auch. Auch eine Frage in den sozialen Netzwerken, weil wir hier sitzen in der Continental Arena. Wie fühlt es sich eigentlich an, als Spieler so vor tausenden Menschen ins Stadion einzulaufen, dort zu spielen? Ja, irgendwo ist es ja ein Kindheitstraum, vor einer größeren Kulisse zu spielen. Also bei mir war es als Kind eben so, dass ich auf den Betzenberg gegangen bin und unbedingt in solchen Arenen spielen wollte. Und glücklicherweise ist es bei mir schon seit mehreren Jahren so, dass ich das Privileg habe, Jahr für Jahr in solchen Arenen auflaufen zu dürfen. Und genau so eine haben wir hier auch in Regensburg. Und das sollte jeder Spieler sich immer wieder vor Augen halten, weil die Zeit ist auch irgendwann vorbei. Und dann vermisst man es vielleicht. Also von daher genieße ich auch das, jeden Moment in solchen Stadien zu spielen und mit euphorischen Fans Siege zu feiern, Niederlage zu betrauern. Und das ist ja auch irgendwo das Schöne.